Schau unbedingt dieses Video an, wenn du 2019 das Schuljahr so richtig crushen willst. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Das Schuljahr 2018 verlief ja für einige von euch wirklich schon extrem gut, für andere noch nicht so zufriedenstellend, aber egal wie es lief. 2019 werden wir gemeinsam so richtig crushen und wie wir das hinbekommen, das erfahrt ihr jetzt in meinen Top 5 Tipps. Erstens, was lief falsch? Weil das ist genau die Sache, die jeder in Bezug auf Erfolg immer nicht rafft. Jeder setzt sich immer nur Ziele und mehr und yeah und ne. So funktioniert das Ganze aber nicht, haben ja die meisten von euch in 2018 schon gemerkt. Deswegen für 2019 eine komplett neue Strategie. Du überlegst dir ganz konkret, was lief in meinem Schuljahr 2018 falsch. Am besten nimmst du dir wirklich einen Block und machst so einen Strich in der Mitte. Das heißt, du hast zwei Spalten und schreibst in die linke Spalte erstmal rein, was lief alles falsch. Das ist eine Übung, die mache ich ganz gerne auch in meinen One-on-One-Coachings und das verändert so krass viel. Das bedeutet, schreib da wirklich mal 5, 10, 20, vielleicht sogar 30, vielleicht bis ins letzte Teil sogar 40 Sachen auf, mit denen du nicht zufrieden bist, die nicht gut liefen. Und dann wirst du in diesem Prozess schon merken, oh shit, das ist ja ganz schön eine Menge. Zweitens, 100%ige Lösungen finden. Wenn du auf der einen Spalte dann wirklich aufgereicht hast, all die Dinge, die nicht funktioniert haben, dann ist jetzt im nächsten Schritt deine Aufgabe, dass du für jede von diesen Sachen eine konkrete Lösung findest, die aber garantiert funktioniert. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel aufschreibst, ich war zu viel abgelenkt, dann ist eine 100%ige Lösung, auf gar keinen Fall hinzuschreiben, mehr anstrengend. Weil come on, du hast dich in 2018 auch schon angestrengt. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass wenn du dich jetzt ein bisschen mehr anstrengst, dass du dann die Ablenkung vollkommen los wirst. Überhaupt nicht. Sondern stell dir die Frage, was muss ich machen, weil dann kommst du nur wieder in dieses Motivationsding rein, im Sinne von, ich muss mich mehr anstrengen und yeah, und dann ziehe ich aber wirklich durch. So, Leo, du verschließt nicht, ich ziehe wirklich durch. Und dann machst du es einen Tag, eine Woche und dann bist du wieder back. Back in 2018. Aber das wollen wir nicht, weil wir 2019 richtig rasieren wollen. Deswegen machst du was anderes. Und zwar stellst du nicht die Frage, was musst du machen, im Sinne von aus dir selbst heraus. Sondern welche Umgebung kannst du dir schaffen. Das bedeutet, was kannst du erschaffen, damit du produktiv bist oder dich weniger ablenken lässt. Weißt du zum Beispiel, im konkreten Beispiel mit der Handyablenkung, dass du einfach sagst, ich installiere mir eine App, die eben genau Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, YouTube und so weiter blockt. Help me focus, für alle Leute, die Android nutzen, mega geile App, mein absoluter Favorite, hat mir schon so viele Stunden gesaved. Und dass du wirkst, weil dann, da kannst du so sehr ans Handy gehen wollen, vor allem wenn du für 3 Euro die Premium-Version holst. Ist übrigens nicht gesponsert, irgendwann lasse ich mich von denen sponsern. Aber dann kannst du nicht mal mehr die App selbst deinstallieren. Also mega krass und das ist einfach eine hundertprozentige Lösung. Du kommst dann nicht mehr in Instagram rein. Und das ist einfach der Game-Changer. Das heißt, such dir für jede Sache eine Lösung, die wirklich was bringt. Auch wenn deine Eltern nicht immer wieder ablenken. Sag nicht, ich hoffe einfach, dass meine Eltern mich weniger ablenken. Sondern, du sagst, ich gehe zu meinen Eltern hin und mache mit denen einen Vertrag fast schon oder einen Schild, dass sie garantiert nicht reinkommen dürfen. Egal was es ist, find dafür eine konkrete Lösung und du wirst aber merken, shit Alter, ich habe all das, was ich in 2018 verkackt habe, auf einmal mega krass in der Kontrolle. Drittens, was hat mich vorangebracht? Das ist jetzt im Prinzip das genaue King-Teil. Das heißt, nimm dir einfach nochmal ein neues Blatt. So schreib dir genau wieder all die Sachen auf, gerne auch ins Detail, wenn es 10, 20, 30, 40 Dinge werden. All die Dinge, die dich vorangebracht haben. Zum Beispiel, ich habe die richtige Lernstrategie verwendet. Oder ich habe mir eine Morgenroutine aufgebaut. Oder ich habe im Unterricht immer richtig gut mitgearbeitet. Schreib dir auch die Dinge auf, auf die du im Prinzip stolz bist. Dass du, nachdem du vielleicht sehr ehrlich mit dir ins Gericht gegangen bist durch Tipp 1 und 2, dass du danach wirklich dich auch wieder selbst aufbaust. Worauf war ich denn stolz? Was habe ich denn gut gemacht? Dass du wirklich merkst, ey, das ist ja geil. Und dann, wenn du das wieder in eine neue linke Spalte schreibst, würde ich in die rechte Spalte noch Maßnahmen schreiben, wie du sicherstellen kannst, dass du das auch in Zukunft weitermachen wirst. Weil ich sage dir eins, nur weil es bisher gut lief und wir in 2019 noch verbessern wollen, heißt das nicht, dass diese Dinge auf einmal wieder weg sein können. Das heißt, es kann plötzlich sein, dass du, wenn du dich zum Beispiel umsetzt ans neue Jahr, neben eine neue Person, die dich vielleicht mehr ablenkt, dass du auf einmal nicht mehr so im Unterricht am Start bist. Das heißt, schreib dir gleich auch Maßnahmen hin, wodurch du dir sicher sein kannst, dass du das auch in 2019 weiter so machen wirst. Viertens, klare Zielsetzung. Und damit meine ich nicht dieses klassische, ey, ich setze mir jetzt aber das Ziel, dass ich ein 1,3-Abi mache. Nein, damit meine ich, dass du dir ganz konkret überlegst, ich würde sagen, absolut maximal drei Monate im Voraus, besser noch vielleicht nur einen Monat. Dass du dir wirklich anschaust, was ist in allernächster Zeit die nächsten Klausuren, die nächsten Prüfungen und was habe ich da für Ziele. Dass du eben weggehst von diesem, oh, so groß und mein, warum bist du stark und deswegen ziehe ich das durch. Nein, dein Ziel muss es in 2019 sein, dass du Momentum aufbaust. Weil wenn du schaffst, dir zu sagen, okay, ich ziehe jetzt wirklich durch, in zwei Wochen ist meine nächste Klausur, da werde ich 14 Punkte in Mathe schaffen, dafür lerne ich jetzt. Das setzt du auch um. Und dann kriegst du vielleicht auch einen Lernerfolg und bauch Momentum auf, denkst dir jetzt, ziehe ich die nächste Klausur durch. Was aber eben nicht funktioniert, habt ihr ja die meisten von euch in 2018 gemerkt, zu sagen, ich will dieses große Ziel irgendwann einmal erreichen und dann motiviert mich das so krass, weil ich es ja so sehr will, auf alle Zeit. Das motiviere ich eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen und dann ist es aber weg. Und deswegen setzt ihr gleich nur kürzere Ziele, sprinte bis zu denen hin, baue Momentum auf und dann kann dieses Momentum dich wirklich auch durch das ganze Jahr durchtragen. Aber auch da wollen wir nicht die möglichen Fehler auch ignorieren, sondern stellen dir als fünftes vor die Frage, was kann mich abhalten? Also nicht nur zu sagen, yo, jetzt setze ich mich über die Ziele und dann bam, 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 ziehe ich die durch, weil auch das ist nicht safe. Stell dir sofort mit ein bisschen weit weg die Frage, was kann mich von meinen Zielen abhalten? Zum Beispiel, dass ich mich wieder ablenken lasse, dass meine Eltern reinkommen, dass jemand anderes sich neben mir setzt, dass ich auf einmal denke, oh, die Schule ist doch nicht so wichtig. Egal was es ist, schreib dir das auch wieder in so eine Zweierspalte auf, alles wieder in die linke Spalte, was kann ich alles davon abhalten, dass du eben diese Ziele erreichst. Und dann noch bevor, also bevor die Dinge eintreten, nicht was ist aktuell schlecht, sondern was könnte passieren, schreib dir das auf und dann schreib dir direkt für die Zukunft eine sofortige Lösung auf, die du dann sofort umsetzen kannst. Und dann nimmst du diesen Zettel, vor allem diesen Zettel und hängst ihn dir an deinen Schreibtisch. Weil dann, wenn dann die Sache eintritt, zum Beispiel, du bist wieder öfter an deinem Handy, es hat sich jemand neben dich gesetzt. Du musst ein Idiot sein, dich checken. Shit, Alter, ich hab mir das auch genau vor drei Wochen aufgeschrieben, dass es passieren wird. Jetzt ist es passiert und ich hab mir schon die Lösung hingeschrieben. Wenn du die Lösung dann nicht umsetzt, I don't know. I don't know. Wenn du auf jeden Fall den Noten krass ab der Oberstufe verbessern willst, kannst du hier rechts oben noch ein Video abchecken, was genau dafür ist. Ist bisher extrem gut angekommen, eins meiner beliebtesten Videos fast. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ich glaube an dich, vor Heifel 2019, Abiturläden, wir werden das so richtig crushen. Und ich freue mich so auf eure Erfolge, vor allem dann auch am Ende dieses Schuljahres. In diesem Sinne, denkt dran, ich glaube an euch, wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. Tschüss. Ye tea. quieres bearelli. Tschüss Padlehko. Schms Volume ñ Swanson. Tschüss. Don mujeresשים. Untertitelung. BR 2018